Das könnte der aber auch. Das könnte der Bühne sein, aber das könnte der Bühne sein. Ich glaube, das war der andere Flughafen. Guck mal, es brennt da. Guck mal, es brennt da. Das Flugzeug wird dann gleich von der anderen Crew zurückgefahren. Guck mal, es brennt da. 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 Es brennt da. Es brennt da. Guck mal, 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 es brennt da. Ein Bunny-Op. Wuhh, Taron! Aber der Flughafen so von der Rollbahn sieht aus wie Mexiko, ne? Fehlt nur noch die Brücke. Stimmt, da sind wir was an der Brücke gefahren. Die Brücke ist ein bisschen anders, aber nicht so. Ich kann nicht mehr so weiter. Das ist so. Herzlich Willkommen in der Krise. Meine Damen und Herren, Sie reichen sicherlich noch so lange an der Schleunz sitzen. Unsere Endgüttel, die Bank für Soziale Rechte haben auch die Anschnallzeichen ausgeschaltet wurden. In der Abung Euroweg und die Gesamte fassen Sie mich an dieser Stelle für die Verabschieden. Wir hoffen, ihr hattet nur mit dem Weg. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend hier im Unterkarn oder eine schnelle, auf- und sichere Weitereise. Alles Gute für die Tschüss und auf Wiedersehen. Welcome to Hotel Canada, ladies and gentlemen, for your own safety and comfort, mit dem Sieg und dem Sieg und dem Park. Und so, wir griechen Sie auf meine Fakten-Position, dass Sie die Befläche ein bisschen stoppen. Auf Ihre Beflüge, die Entdeckung sind bereit, deswegen weiß ich Ihnen auch. Es ist auch schon dunkler, als es in Mexiko war, wenn sie gelandet sind. Ja. Gut, je mehr wir im November rankommen, im Oktober wird es ja auch eher dunkler. Ja. Ja, der Stokaten hier ist doch größer, als ich dachte. Ja. Vielen Dank.